hallo und recht herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinem hinweis video und zwar geht es in dem video wie ihr an die ohrenstein rüstung kommt das ohrenstein set dafür müsst ihr hier an diesem leuchtfeuer ich zeig es auch schnell dieses leuchtfeuer heißt der namenlose könig im erzdrachengebirge dieses leuchtfeuer bekommt ihr aber erst wenn ihr diesen boss hier gelegt habt dann ist dieses feuer frei so und wo es diese rüstung gibt zeige euch jetzt da laufen wir jetzt mal ganz gewichts hin immer schön hier lang hier lang hier lang so und ich glaube da vorne müsste es auch schon sein da sieht es eh schon leuchten drachentöter also ist eigentlich die ohrenstein rüstung aber heißt jetzt drachentöter rüstung ist der drachentöter helm drachentöter rüstung drachentöter stülpen und drachentöter germaschen wie die aussieht zeige ich jetzt die dinge nehme ich gleich mal an so drachentöter helm drachentöter rüstung er wolle und wo sind die stülpen drachentöter stülpen und drachentöter gemaschen und siehe da schaut es nicht geil aus hammermäßig geile rüstung so na gut dann würde ich sagen wenn ich das video gefallen hat würde ich mich über ein like freuen oder natürlich auch über ein abo und ansonsten schaut einfach rein ich habe noch mehrere let's play projekte vor allem auch dark souls und ja dann würde ich sagen ciao euer andy und 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 Vielen Dank.